Kann ich den auch wieder mit dem Messer besiegen, oder? Ich habe auf dich gewartet, Rookie. Oh, machst du dir Sorgen um die Kleine, ist es das? Sieht ihr ähnlich. Du hattest immer ein schlechtes Urteilsvermögen. Aber wenn du glaubst, dass du hier lebend durchkommst, bist du noch naiver als ich dachte. Du kannst sie nicht retten. Du kannst niemanden retten. Hören Sie auf, Krauser! Für diese Verrückten zu arbeiten, bringt niemanden zurück. Und wozu überhaupt? Rache an der Regierung? Hätten ihre Männer das gewollt? Rache. Du denkst, ich mache all das für Rache? Darum geht's hier doch, oder nicht? Dort, in dem Dschungel, ist mir was klar geworden. Das Wichtigste in dieser Welt ist reine, unverfälschte Macht. Los Illuminados gaben sie mir. Sie waren immer ein Arsch. Aber sie waren ein Mann von Ehre. Von Stolz. Sehen Sie sich an. Genug geredet. Ausrücken und Feuer frei, Soldat! Schwing die Hufe, Rookie! Hab ja keine andere Wahl. Was ist los mit dir? Ah, fuck! Viel zu langer! Wo bleibt dein Instinkt? Du bist... Gottverdacht erschwecken! Was war das? Nicht lahm werden, Soldat! Oh, wow! Was war das? Hey, ich hab das. Ich hab's... Bin ich... So ein Rund-Example hab ich dir bestimmt nicht beigebracht. Dafür aber niemals dem Feind an. Ach aus. Ach komm, mein gelbes Kraut nehme ich noch mit, um zu gucken, ob das wirklich... Aber ja, ich bin eigentlich schon voll. Au. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Geht ihr auch irgendwann mal weg oder so? Ah ja, jetzt. Die Kämpfe werden ganz schön stressig. Ah ja. Ah ja. Weißt du noch der Kampf im Dschungel? Wir haben es gerade so lebend rausgeschafft. Hör auf dein Bauchgefühl, nicht denken. Das war das Erste, das sie mich lehrten. Dieser Ort ist eine einzige Falle. Hier habe ich keine Chance. Schlampig! Ich bin bereit zu sterben, Rookie! Der Mistkehr geht mir langsam auf den. Das wird wehtun. Doch nicht, gut. Ah, komm! Mir gefällt die Passage jetzt schon mit ihm. Ah, komm! Ah, komm! Mit Guerillataktiken kenne ich mich aus, weißt du noch? Wie könnte ich das vergessen? Shit! Da ist der Punkt. Und... Oh, dass ich mich khôngpiel. ... Okay. Geht doch nichts über dir! Noch am Leben, hm? Pures Glück! Okay. Zugegeben, dass du bis jetzt überlebt hast, verdient Anerkennung. Ich wäre tot, hätte ich weiter auf Leute wie sie gehört. Dieses Rumgehampel bringt dich doch ins Grab. An deiner Stelle würde ich mich ranhalten. Denk an die Kleine. Der ganze Aufwand nur für mich? War doch nicht nötig. Du bist eben was ganz Besonderes für die Beine. Wie hältst du diese Pfeile? Ah, Mann. Oh, Scheiße. Ich frage ihn, wenn ich ihn sehe. Du kannst schnirken vorhin. Komm raus und kämpfe! Du hast mit Bravour bestanden. Oh, Scheiße. Die Krise. Dregsack. Lass das. Hörst du? Oh, nein. Aua, 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 aua. Du verlierst die Nerven. Massenfehler. Lassen Sie Ihre Psychospielchen. Sicher, dass Sie keine Verschnaufpause brauchen? Boah, der hat gesessen, Leon. Was ist das? Ja, ich war mir nicht. Oh, mein Gott. Du bist kaum der Herr aus meiner Autofnee. Jetzt gab es einen Traum-offsipfel. Aber wenn ich den Traum-pal götiere. Und das ist auch ein Traum-pal RT. Und das... Was ist das? Es hat ja überhaupt nicht sein. Das ist einfach ein Traum-pal Hut zu Hause. Dann wird das über Nacht geklädigt. Das war mir ne wonders. Oh, dass das cartraum sein der Fall ist. Ah! Sieh'n das echt durch? Es ist noch nicht zu spät. Wir beide sind zwei Seiten der seltenen Seite hier. Unser Blick auf die Dinge wird immer verschieden sein. Ach, komm! Der ganze Weg hierher. Und du hast nichts dazugelernt. Ich muss sagen, du enttäuscht mich. Von ihm nehme ich das als Kompliment. Ach, komm! Drecksack! Oh, meine Rüstung ist im Arsch. Jetzt gilt es, Soldat! Du verlierst die Nerven! Mastfehler! Lassen Sie Ihre Psychospielchen. Sicher, dass Sie keine Verschnaufpause brauchen? Der Arm muss höllisch wehtun. Neue Wunden! Du bist der Beste weg, die Alten zu vergessen. Du bist verweichlicht! Komm! Drill! Du bist der Reste weg! Achtung! Du bist der Reste weg! Du bist der Reste weg! Du Beste weg! Wie wirst du dem ausweichen? Ah, Mann! Nein, nein! Schon wieder die gleiche Szenerie hier. Es ist noch nicht zu spät. Wir beide sind zwei Seiten der Szenen-Medaille. Sind wir fertig, Krauser? Wie oft habe ich dir gesagt? Oh nein! Du bist zu weich, um zu tun, was nötig ist! Das ist der Unterschied zwischen dir und mir, Rookie! Aua! Okay, erstmal... Zeit für deine Abschlussprüfung! Oh nein! Mit kaputtem Wessel und angeknackstem Messer. Jetzt sind sie endgültig durchgedreht. Oh nein! Ernsthaft? Das soll also ihre wahre Kraft sein? Ich würde mein Geld zurückverlangen. Du wirst ein freches Mund... Glückwunsch zu ihrem neuen Glauben! Glauben ist was für Schwache! Nur Macht ist echt! Ich bräuchte so ein Unendlichkeitsmesser jetzt. Wäre geil. Oh, ich muss ausweichen. Du entfassst mir nicht! Ach, da ist er. Ich kann's kaum erwarten, dich zappen zu sehen! Kraut lasse ich nicht so stehen. Hoffentlich kommt der nicht jetzt einfach random. Ich denke mal, das wird ein richtiger Kampf dann. Aber wenn ich kein Messer habe, habe ich ein Problem. Okay. Gut. Browser. Bin bereit. Hab ich was vergessen dort? Nö. Die Taktik gegen ihn benutzen sie hier aber auch als Hauptstrategie. Es gibt viele, die gegen ihn mit Knarrengewalt vorgehen, aber ich habe immer schon ein Messer benutzt. Das wird deine letzte Lektion. Ach komm. Nein. Es wird Zeit, dass der Lehrer was lernt. Wie zuversichtlich. Greif an, Rookie! Bist du bereit, Rookie? Ja. Bringen wir's zurück. Willst du hörst, dass du es so weit geschafft hast? Ehe! 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 Nur schlecht. Aber so viel hat du, mindestens erwartet. Immerhin noch und weiß ich besser als jeder andere, was in dir steckt. Scheiße, jetzt muss ich auf Pistolengewalt zugreifen. Das wird jetzt ein Problem. Kaputtes Messer. Ich hätte die Granaten für ihn aufweben sollen. Der Krauser, den ich kannte, ist tot. Tot? Ich bin besser, als er jemals sein konnte. Kommt schon! Meine Verteidigung bricht nichts! Stärke ist alles! Wenn sie so weitermachen, gibt es was nicht mehr zu beschützen. Früher hätten sie das gewusst. Genau da liegst du, Franz. Ich wusste gar nichts. Jetzt schon! Du kannst diese Macht nicht verleugnen. Stell dir vor, über welche Stärke, du Verwirrung! Und zu seinem Freak werden, wie sie? Das soll wohl ein Scherz sein! Au! 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 Dann mach. Finden wir aus, wer der Bessere von uns beiden schafft. Keine Chance. Das ist deine Deckung. Ah, Schatz. Ich zeige dir die wahre Befahmerstärke. Immer noch zu langsam. Sehe ich nicht so. Also der Kampf wird mit einem Unendlichkeitsmesser viel geiler. Hier muss ich leider auf Pistolengewalt zurückgreifen. Was ich schade finde, weil ich hätte gerne mit einem Messer genug gekämpft. Das ist das Schatz. Ich muss noch etwas machen. Ich muss noch etwas machen. Ich bin gut trainiert. Leon. Haben Sie, Major? Also, der Kampf war mega geil gemacht. Dieses Parieren finde ich auch ziemlich geil. Oh, Einsatzmesser. Holy shit, das nenne ich mal ein Messer. Kann man den vielleicht auch... Den nenne ich gerne auch unendlich. Uh. Den kann man bestimmt auch reparieren und verbessern. Hat jemand zugeguckt und gesagt, okay, wenn er gewinnt, dann... Hier hätte ich auch wieder besser gefunden. Die hätten das mit den... ...Sachen, die man sammeln muss, gemacht. Weil, dass das Ding jetzt runter geht. Warum? Lädt mich gerade jemand ein? Ich denke mal, so wird es sein, wahrscheinlich. Ich denke mal, ich... Ich denke mal, ich... Ich denke mal, ich... ...schöne... ...schöne... Untertitelung des ZDF, 2020